Fantastisch! Es wird aber auch eh noch nicht Nacht, also von daher ist es noch okay. Wenn ich dann in der Wüste ankommen sollte, wenn es dann Nacht ist, das ist ja auch okay. Ah, da hätten es ein bisschen Wüste, oder? Da hätten es noch... Hä? Das ist Dorf? Aber so eine Ebene wird ja auch reichen. Das muss ja nicht unbedingt... Das muss ja nicht unbedingt so ein... Okay, hier... Das sieht nur so aus, durch die Karte. Das sieht nur so aus, durch die Karte. Das sieht nur so aus, durch die Karte, dass das eine Wüste ist. Aber es ist noch keine. Auch wollen wir hier weiter. Ah, wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwie eine Wüste finden. Ist das denn jetzt das ganze Gebiet eigentlich, was auf der Karte abgebildet ist? Und weiter ist die Map nicht? Nö. Das ist die ganze Karte, ey. Okay, hier ist jetzt noch... Das ist noch ein bisschen Sumpflandschaft. Sollen wir jetzt noch hier? Ich muss in die Richtung gehen. Was denn da nach oben? Da kommt auch Sand. Und... Der sieht nur so aus, weil das die... Über den grünen. Da ist doch... Na gut. Der kann aber auch nicht mehr viel sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht geht das noch so ein bisschen nach links um dann, oder was? Na gut, sprinten wir mal darüber. Gucken wir mal, ob da noch was ist. Ich weiß nicht, ist da denn es noch was. Müsst ihr ja dann jetzt eigentlich hier hinterkommen? Na toll. Ja, und hier ist ein bisschen was. Ach, das war so ein kleines Schnipel, okay. Ja. Deswegen hast du dich ganz nicht damit auch aus, wa? Oh, scheiße. Ich muss doch dann denken, wenn ich nicht... Scheiße, ich muss die Folge noch... Kannst du das mal eben machen? Kannst du mir eben die Folge 3 von... Von der Survival Season mal eben umbenennen, bitte? Danke. Ja, wie denn? Wie kann er das jetzt nicht, äh... Ja, natürlich kannst du das. Ach ja, das laufst du theoretisch weiter, ne? Hä? Du sollst doch einen Laptop machen! Bist du dumm in der Rübe? Ich dachte... Ja, du musst doch nur dich einloggen und musst das dumm im Umbenennen. Du hast doch einen Laptop, oder nicht? Der läuft doch. Die Aufnahme läuft doch mindern und weiter von Audacity. Was er können eigentlich? Nicht viel, ey. Immer die Scheiße mit den Praktikanten. Ja... Immer die Scheiße mit den Show-Praktikanten. Wenn du eben irgendwas sagtest, du musst doch noch was bei dir am Rechner machen. Ja, das muss ich leider machen. Verwirrt. Ja, ich muss auch noch Clash of Clans aufnehmen. Dann konnte ich ja nicht riechen, dass du jetzt hier sofort den Abflug machst. Nicht so viel alleine machen musst. Ja, ich hab's ja das letzte Mal schon gesagt. Das ist einfach kacke, zu kämpfen mit dieser scheiß Playstation-Steuerung, wenn du diesen linken Schnippel durchdrückst und der ständig die Sicht wechselt. Da kannst du einfach nicht gescheit da angreifen. Oder beziehungsweise gegen dich sicher kämpfen. So, was willst du umbenennen? Nummer drei. Da, nochmal. Ja, genau. Das ist jetzt... Und das soll einfach... Kannst du um ein Uhr freischalten. Warte mal. 15. Oktober, 16. Oktober. So, was ist das hier sein. Haben wir jetzt hier nicht irgendwo noch so eine scheiß Wüste? Oh, ist ein riesen Berg. Alter. Ok. Wie sind wir immer bei diesen ganzen Sachen sind wir immer in... in diesem Sumpfgebiet. Auch haben wir uns immer niedergelassen irgendwie, oder? Das ist immer die gleiche Scheiße. So. Das ist doch mal irgendwo hier eine... Irgendwo in der Wüste sein, bitte. Da ist eine Ebene noch. Ok. Ein paar Berge. Der Lauf war aber mal ganz gepflegt zwischendurch und gucken mal, ob wir dahinter noch vielleicht eine Wüste finden. Sieht nicht so aus. Ui, springen. Bisschen survival action hier machen. Es ist auch immer noch nicht Nacht. Eine Nachricht kannst du auch dazu schreiben. Du kannst übrigens nicht Matthias planmäßig stellen, weil das ja schon zu spät ist. Nein, geht doch. Echt? Ja. Ja, dann schreibt noch irgendwas dabei. Ich treffe irgendwie Folge 3 unserer Survival Season mit Dark Hunter oder sowas. Ah, Mann, ey. Ich finde nix. Ich finde keine Wüste. Gar nix. Hui, hui, hui. Hä, lol. Guck mal da hinten. Weil das ist jetzt nicht aufgebaut hat, deswegen sieht das so aus. Ja. Na, ist ja schon wieder Sumpf, ey. Hat diese ganze verholte Karte nicht eine einzige Wüste drin, oder was? Kann man gar nicht sein. Nö. Das ist jetzt gleich dunkel. Ich weiß nicht, ob ich denn hier stehen bleiben soll auf diesem Plateau, das sicher ist. Äh. Jetzt nicht anzeigen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch keine. Gut, ich muss alles dabei haben. Ist ja egal, wenn ich sterbe, ist ja auch egal. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Da hinten ist unser Haus schon wieder. Toll, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen und es ist nix passiert. Ja, die größer ist die Map ja auch nicht. Wir sind relativ mittig mit dem Haus. Da. In die Richtung kann ich noch. Da muss die Wüste sein. Das geht nicht anders. Das ist das einzige Fleckchen, weil ich das noch nicht erkundet habe. Mit dem Wasser kann mir ja sowieso keiner was. Deswegen... Da. 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 Ja, ich bin jetzt hier gerade am spielen, siehste doch? Ja, kannst du während du schwimmen kannst du doch jemanden gucken. Ja, was denn? Das oberste. Hey. Ha? Unterste. Ja, mit klein. Ich lad mir doch jetzt nicht irgendeine Scheiße runter. Ja, muss schon, sonst nun sieht das ja nich. Mach den Anderen, mir soll es egal sein. Nimm doch beide einfach. Dann sagst du hier, ihr könnt das machen, so machen oder ihr könnt es auch so machen. Das immer diese Praktikanten immer so viel Ärger machen, ey. Man, diese Show-Praktikanten hier. Er ist der Elton hier von unserem Channel, ey. Okay, jetzt muss irgendwo, muss doch hier eine Wüste sein. Das gibt es doch nicht. Okay, da fehlt eigentlich noch ein richtig dicker Schnippel, den ich jetzt hier noch nicht erkundet habe. Aber irgendwie scheint das auch noch nicht, kann auch nicht das Ende sein hier. Komm, da ist ein Spinner, die ist mir dabei egal, wir werden jetzt nicht schlachten. Ich gehe mal jetzt hier hoch und gucke mal, ob da irgendwie, vielleicht muss da ja noch was sein. Da oben ist auch eine Spinne drauf, da ist ein Skelett. Aua, ich bin ohne eingefallen. Ach man, das ist doch echt... Ich muss doch irgendwo, muss doch hier eine Wüste sein. Zumindest müsste ja irgendwo mal ein Enderman sein, aber es kann ja auch nicht sein, dass die links von Enderman rumläuft. Joa, eine ganz tolle Wüste da hinten. Nämlich gar keine. Hau ab. Gib mir den Pfeil. Danke. Das ist doch scheiße auch 1000. Das ist auch nix von Enderman. Kann sich mal die Schwierigkeit hoch machen auf schwer oder so oder irgendwie... Ist doch oder nicht. Ne, ich glaube das ist noch auf normal. Soll ich ja nicht aus dem Todesbildschirm rausgehen. Ja, hättest du mal eben machen können jetzt. Unfall! Ich kann ja... Ich kann ja... Das... Kann ich ja in den Shorten auch noch nehmen. Kannst mal bitte eben... Ja, dann fliegt der Loh doch jetzt raus. Was? Nein, du sollst jetzt mal eben das auf schwer stellen. Ach, ey. Ey. Hier sind überall Skelette, aber hier ist nirgends noch ein verhurtter Enderman. Das kann doch nicht sein. Direkt vor mir ist ne Spinne gespawnt. Geht nicht. Option? Da war ich doch gerade. Okay. Das war Schwert Nummer 1. Es ist unglaublich, dass ich... Schnell weg. Lohnt sich natürlich. Ich finde keinen ändern mehr. Ich hab den ganzen Spiel noch keinen gesehen. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie ich die 11 Stück da killen soll, wenn ich keinen sehe. Ein Zombie, der rumläuft. Tolle Worte. Das ist echt nicht gut. Du musst das glaube ich... Geh mal... Mach mal zu. Ich speichere erst mal. Ja, ja, ja. Speicher und geh raus. Äh... Spiel speichern. Okay. Warten, bis der Horst das Spiel gespeichert hat. Geh raus, bitte! Spiel verlassen, okay. Bist du weg? Ja. Spielen. Ähm, bam 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 bam. Lad doch. Neue Welt. Neue Welt, Schwierigkeit ist gerade normal. Ah ja, guck, schwierig. Trotzdem ist er gestorben. Laden. Okay, ja, wie gesagt, man kann halt da nicht gescheit kämpfen. Jetzt wird der Server initialisiert, dann können wir wieder machen. Hoffentlich. Nimm doch Nickname, nicht deine Nimm doch Nickname von dem Channel Du denkst doch nicht von 12 bis Mittag Ist doch egal Immer diese Praktikanten Immer der Schrott Ja, das war doch klar Nimm das anderes, dann nimm Mobile Fanboy YouTube oder so Oder YT oder so Spielbeiträgen Mit dem Horst verbinden So, jetzt haben wir auch schwergestellt Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück Sollten wir einen Enderman finden oder so Ach kommt Es muss doch irgendwo einen Enderman geben Ich muss doch irgendwo einen finden Da vorne ist ein Zombie Das bringt auch noch nix Da sehen wir so ganz so viele Monster Hab ich jetzt hier auch noch nicht gesehen Einen verkackten Enderman Wo bin ich jetzt hier auf der Karte Es kann ja nur da eigentlich noch was sein Jetzt hier über das Wasser Und dann irgendwo da hinten Muss irgendwie noch eine Wüste sein Anders kann ich mir das nicht mehr erklären Ich bin mit der Züchter So Muss man da auch noch ein Spiel runterladen Ich wäre dir sehr dankbar Wenn du nicht in meiner Aufnahme reinquatscht Bei Sachen Und dann vor allem nicht Acht Meter hinter dem Mikro bist Komm doch aufs gleiche raus Nein Das hast du schon mal Das hast du schon mal gesagt Und dann hast du es mal getestet Und dann haben wir doch rausgefunden Das ist nicht so Und dann gesagt hast Oh, hattest du wieder recht Wo hast du denn den Enderman gesehen Ich habe noch keinen einzigen gefunden Das kann doch nicht sein Der Link gerade Der war da auf der großen Wiese Neben dem Hühnerstall Immerhin habe ich jetzt schon mal einen Creeper gesehen Gucken wir mal auf der Karte nach Ich gucke auf der Karte Okay Unten rechts könnte natürlich auch noch eine Wüste sein Das wäre ärgerlich Das wäre sehr ärgerlich Ich dann so viel laufen muss Oben rechts Okay, oben links könnte auch noch eine Wüste sein Dann müssen wir mal gucken Erst mal oben links würde ich sagen Mein Gott Dieses Mal muss man sich wieder alleine durchdödeln Du hast es ja so gewonnen Wollt Ja Wir hätten ja sagen können Jeder hat zwei Leben oder so Nee, das ist schwul Das ist hardcore Alter Das bringt ja nichts Du kannst ihn alleine eh nicht töten Von daher Warten wir nochmal ab Ja, wenn ich da reinkomme Ist die Chance ja da Dass ich es schaffe Aber ich muss erst mal Muss ich Erst mal muss ich Die Ender Perlen machen Wenn eine Person Auf das Viech schießt Der regeneriert sich Zehnmal so schnell Wie du Schießen kannst Davon ist gar nichts mehr Das wäre wahrscheinlich schon zu zweit Fast unmöglich Ja, das haben aber auch schon mal Leute geschafft Also ganz unmöglich ist es ja nicht Ja, aber das waren dann wahrscheinlich auch mehrere Und nicht alleine Nee, das war einer Oder auch zwei Also es ist Und wahrscheinlich am PC Nee Nee, nee, nee Ich meine schon hier an der An der PS3 Und auch einer alleine Also es ist ja nicht so Als hätte das jetzt noch niemand geschafft In seinem Leben Also Es ist Na gut Aber dann wahrscheinlich auch mit Tausend verzauberten Sachen Weil so Stark wie das Viech ist Das regeneriert sich doch Sau schnell Oh oh Ach Ach Wie bist du denn Schönst du vor mir Ach man Ich finde hier nix Nix Wo so ein verhurter Enderman Wenn ich den sehe Würde ich ihn ja sofort schon Knüppeln Dann muss ich mir nicht mehr Auf so ein Podest stellen Das ist einfach Den kriegt er sofort in die Fresse Aber trotzdem Man findet ja erst gar keinen Einzige Die einzige Möglichkeit Ist es noch unten Rechts auf der Karte Dass da noch irgendwie ne Wüste ist Aber da muss ja da auch erstmal ein Enderman sein Das ist auch schon wieder Tag Ja es kommt ja nicht Darauf an Dass es ne Wüste ist Aber irgendwo müssten die Viecher Einfach mal spawnen Ja tun sie ja nicht Das war letztes Mal schon das Problem Dass hier kaum einer war Weil ich auch schon die ganze Karte Durchforst nach der Scheiß Und dann auch nix Komm doch jetzt Enderman Enderman Na ist schon wieder Tag Guck mal auf der Karte Mal nach Genau in diese Richtung Genau in dieser Richtung Müsste ich doch gleich Nach unten rechts kommen Zumindest zu unserem Haus Und dann wo wir waren Und dann müsste ich mal gucken Ob da irgendwie noch In der Ecke noch ne Ja vielleicht noch in der Wüste ist Oder so Aua Aua Mami Das tut weh Juhu Aber was essen Essen wird es jetzt hier Auf jeden Fall nicht mangeln Aber Essen haben wir ohne Ende Die Schweine Die sind ja Millionen Aber den Fach Vorhanden Ja noch mal einen Pfeile müsste ich gleich Auge noch haben Das Problem wird dann wirklich Ob ich die Viecher finde oder nicht Ob ich Enderman finde oder nicht Das ist das Problem Das ist unser Portal Und unser Haus Ist auch Lola Ui Haben wir auch noch nicht gemerkt Dass hier ne riesen Schlucht Neben uns ist Aua Ein pinke Schaf Mann Was haben wir jetzt hier noch Na gut In die Richtung Jetzt Das ist unser Verzauberungstisch Ich muss auch noch gleich Clash aufnehmen Clash of Clons Kommen wir nehmen 1,2 noch mit Was sagt denn jetzt die Karte Die Karte sagt Wir sind jetzt In die Richtung Das ist ja unglaublich Nichts finden Warten bis es Nacht ist Das ist ja auch noch ein Problem Da hinten müsste auch Eigentlich nur noch Dschungel sein Also ich könnte mir Es nicht vorstellen Dass da jetzt noch Eine riesen Wüste Ganz plötzlich auftaucht Oh Verklickt Ist da ganz plötzlich Noch so eine riesen Würste Würste Eine riesen Wüste Eine riesen Wüste Noch auftaucht Ja Das ist Wie funktioniert das eigentlich nicht hier Hast du immer Irgendwelche Themen anschneiden Diese Praktikanten Schrecklich Gib man ihm schon Den Mindestlohn Und trotzdem Ist er nicht zufrieden Ey Mann 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 Ey Immer So Unqualifizierten Kräfte Du musst jetzt leider Gezinkt werden Du kleiner Wolf Okay Juhu Komm mit Du begleitest mich jetzt Lieber Wolf Auf meinem Weg In die Wüste Vielleicht Na komm Ob wir eine finden Oder nicht Ich glaube eher nicht Karte mal Gucken Doch da ist eine Da ist sie Da ist sie Jawohl Jolo Eine riesen Wüste Wo ist der Irgendwo müssen doch noch Tempel sein Oder Ist auf jeder Toll das ist eine ganz Das ist eine ganz große Wüste Hier Ist auf jeder Karte ein Tempel Keine Ahnung Das ist echt Mal gucken Okay Das ist eine ganz kleine Mini Wüste Das ist scheiße Ach Es ist doch echt Du Gott sei Dank Ich gehe da hinten In die Ebene rein Warte bis Nacht Wir hören Dann Muss ich mal gucken Ob da irgendwie Was dabei rauskommt Ansonsten Weiß ich es auch nicht Sonst Kann ich es nicht ändern Wenn wir da Kein Enderman finden Kann auch echt nicht wahr sein Dass hier nirgends Wo so einer Von so den Enderviechern Rumspringt Die ganze verkackte Karte Schon abgelaufen Guck mal nach Auf der Karte Ja Sieht nicht mal so gut aus Soll ich vielleicht nicht fallen lassen Deswegen würde ich sagen Ich warte jetzt mal eben Auf jeden Fall bis Nacht ist Und mach einen kleinen Cut Wüsste das nicht Was ihr jetzt hier sonst noch machen soll Dann sehen wir uns gleich wieder Bis gleich Ja Leute sind wir jetzt zurück Und Also wir machen Ich habe jetzt Ich habe mir jetzt mal wie folgt überlegt Also wir stehen jetzt hier drauf Auf diesem Penöpel Ich warte dass mal irgendwas passiert Es sind eh kaum Monster da generell Wüsste jetzt auch nicht Wo ich hingehen soll Ihr seht es ja hier auf der Karte selber Es ist einfach Ja es ist keine großartige Wüste verfügbar Oben links könnte noch eine sein Da muss ich aber auch wieder Die ganze Map durchqueren Und deswegen habe ich mir jetzt wie folgt überlegt Also wir machen das jetzt wie folgt Also das ist jetzt erstmal die Letzte Folge Ihr könnt jetzt entscheiden Ob ich jetzt mir die Ender Quasi es sind ja nur noch die Enderaugen die fehlen Ob ich mir jetzt die Enderaugen so geben soll Und ob ich dann Was Kann man nicht die Endermans spawnen lassen Ne Ich kann mir die geben lassen So Ja man könnte ja auch die Endermans spawnen lassen Dass du die selber töten musst Ach ja Das Dann hättest du zumindest noch ein bisschen Arbeit damit Ja das können sie zwar machen Aber das Endermans töten ist ja nicht das Problem Ich habe ein Ich habe eine gute Rüstung Ich stehe auf diesem Ding drauf Also das ist ja nicht das Problem Dass ich die Endermans nicht getötet kriege Es ist halt das Problem Dass die nicht da sind Das ist das Problem Die sind ja nicht da Es ist ja Die kaputt zu machen Das ist ja kein Akt Das ist eine Sache von 5 Minuten Aber das ist Das ist ja keiner hier Das ist ja das Problem Deswegen sag ich ja Die spawnen Dass du die selber töten Ist immer besser Als sich direkt die Augen zu entschieten Ja das ist okay Das könnt ihr dann auch entscheiden Ob ich mir die Augen so geben soll Oder Die Perlen Oder ob ich die Endermans spawnen lassen soll Dann würde ich mir die Map eben geben lassen Von Matthias Und dann Ähm Spiele ich dann halt Ich muss ja eher alleine weiterspielen Und deswegen Wäre dann halt Ein, zwei Tage Pause Zwischen den Folgen Aber das ist ja auch egal Ist vielleicht besser Als wenn wir jetzt hier stundenlang warten Es passiert ja einfach nichts Weil Ihr seht es Es ist Es ist keiner da Ja Jetzt hat ja irgendwie noch So ein Pisser noch hier Auf dem Server drauf Das hat irgendjemand gesagt Aber gut Ja deswegen würde ich sagen Wir machen jetzt hier Schluss Ich Muss gucken Dass ich Also ich hole mir auf jeden Fall Dann die Map von Matthias Wenn es weiter geht Und dann Ja Gucken wir mal Was so passiert Und ich sage Danke fürs Zuschauen Und bis zunächst mal Macht's gut Tschüss 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 Tschüss